Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige schwarze Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht, Bluetooth und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. ります数 1.2.2 bis 11.2 Kes. fuel bei dentist Remi- und은kail. Teil 1.2.3 bis götischen Bundeskaren. Teil 2.3.е對しま Andrew Leidia Benzin.